Mein Name ist Siegfried Kürstenberger, ich bin Interspar Bäckermeister im Europack in Salzburg und das ist mein Bäckerliebling im März, das ist unser Almbrot mit Sauerteig gemacht. Und der Sauerteig ist dafür da, dass das Brot schön aufgeht, da sind die Hefebakterien drin und einen tollen Geschmack hat durch diese Säurebakterien. Ich habe früher beim Mischen Sonnenblumenkerne beigegeben und Kürbiskerne, die sind vor allem für die ausgewogene Ernährung wichtig. Der Ofen hat 200 Grad Ober- und Unterhitze. Nach 40 Minuten Backzeit gebe ich dieses wunderbar angebräute Brot jetzt aus dem Ofen raus. Jetzt bestreue ich diese Brote mit einer Blütenmischung. Und mehr Tipps zu Brotbacken gibt es unter www.interspar.at-bäckerliebling.